Hey, hey und herzlich willkommen hier auf Freiheitsleben in Schweden. Ja, heute geht es um den großen Gehaltsvergleich. Und zwar, wie viel kann man in einigen Berufen in Deutschland verdienen und wie viel eben in Schweden. Bevor ich aber loslege, Kanal abonnieren, liken, Glocke aktivieren und so weiter. Mach was du möchtest und schau doch mal im Shop vorbei. Ich habe heute hier mein Lieblingst-T-Shirt an, dieses Orange. Das gefällt mir am meisten von der Farbe her. Und ich werde natürlich alle Links, die dafür wichtig sind, unten in der Infobox drin verlinken. Ja, ich habe zwölf Berufe rausgesucht, die so im Allgemeinen sind. Unter anderem zum Beispiel der Elektriker, ein Verkäufer und so weiter dabei. Und werde da einfach mal nur den Nettoverdienst aus Deutschland im Mittelwert und eben in Schweden im Mittelwert dir zeigen. Und ich werde es auch immer wieder einblenden an der Seite, damit du das alles nachvollziehen kannst. Und vor allen Dingen, wie viel Abzüge denn dabei sind. Ja, eine Besonderheit bei dem Lohn zu Deutschland ist tatsächlich, dass die Sozialversicherungsbeiträge hier vom Arbeitgeber bezahlt werden. Also komplett. Und nur noch ein Teil, wie die Arbeitslosenversicherung und die Einkommenssteuer, die geht in Schweden eben vom Brutto ab. Das soll aber nicht heißen, dass man in Schweden jetzt wesentlich besser bei wegkommt. Sondern es geht halt einfach mal darum zu sagen, okay, in Deutschland muss man zum Beispiel die Hälfte der Krankenversicherungsbeiträge bezahlen. Wie eben der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sich die Krankenversicherung teilen. Oder eben auch die Pflegeversicherung. Und das wird hier eben alles vom Arbeitgeber bezahlt. Demzufolge scheint das Brutto ja wesentlich höher zu sein in Schweden als das Netto. Weil die Steuersätze sind auch bis auf ein paar Ausnahmen wesentlich höher als eben in Deutschland. Fange ich mal an mit einem guten Handwerksberuf und zwar dem Elektriker. Da verdient man in Deutschland 2261 Euro netto. In Schweden wären es dann 23.649 Kronen. Wenn man jetzt den schlechten Wechselkurs nimmt, ist es tatsächlich weniger als eben in Deutschland in Euro. Und da kann ich ja nochmal in die Grafik reinpacken, was es denn zum aktuellen Zeitpunkt in Euro wären. Der Maurer verdient in Deutschland 2076 Euro. Und in Schweden wären es 25.153 Kronen. Also auch dort nicht so drastischer Unterschied. Kommen wir jetzt mal zu den sozialeren Berufen. Und zwar fange ich da an mit dem Feuerwehrmann, der in Deutschland ungefähr 2690 im Durchschnitt verdient. Regt euch bitte nicht auf, wenn der eine 4000 verdient und der andere eben plus 1800 verdient. Der Mittelwert ist es ja. Und in Schweden wären wir bei 26.400 knapp. Also auch dort ungefähr die Waage. Die Krankenschwester in Deutschland verdient so im Schnitt 2242 Euro. Und in Schweden wären es 24.543 Kronen. Auch dort sieht man, dass es ungefähr identisch ist. Ein angestellter Arzt in Deutschland hat ca. 6.239 Euro. Und in Schweden wären es 38.067 Kronen. Warum er hier so wenig verdient, darauf bin ich noch nicht gekommen. Vielleicht hast du ja eine Ahnung und schreibst es in die Kommentare rein. Ja, aber wir schauen auch mal in die Berufe rein, die in Deutschland auch sehr schlecht bezahlt werden. Und zwar Koch und Kellner. Also ich habe jetzt hier mal den Koch rausgefunden. Der Mittelwert liegt dort bei 1680 Euro. In Schweden jedoch bei 25.371 Kronen. Also da sieht man eine sehr große Schere. Das heißt als Koch oder beziehungsweise in den niedrig bezahlten Jobs in Deutschland kann man hier tatsächlich doch ein bisschen mehr verdienen. Der Kellner in Deutschland bekommt 1.529 Euro. Und in Schweden wären es 22.691 Kronen. Also auch da ist es ein bisschen höher hier in Schweden als eben in Deutschland. In der Bildung sieht es dann fast wieder gleich aus. So bekommt zum Beispiel eine Grundschullehrerin in Deutschland im Schnitt 2.914 Euro. Und in Schweden wären es 26.165 Kronen. Im Kindergarten oder bei der Kindergartenbetreuung wären es in Deutschland 2.213 Euro. Und in Schweden wären es 23.523 Kronen. Also da sieht man mal wieder, dass sie sich ungefähr anpassen. Ja und ich habe häufig die Frage bekommen, Ivo, was verdient man denn in Schweden als Lkw-Fahrer? Oder gibt es da Jobs als Lkw-Fahrer? Ich habe jetzt auch mal rausgefunden, was man so in Deutschland verdient. Natürlich alles ohne Spesen und Auslagen und so weiter, sondern tatsächlich nur den Nettolohn, der mir angegeben wurde auf der Seite, die ich dafür verwendet habe. Und da wären wir bei 1908 Euro, also 1908 Euro, verdient man in Deutschland im Schnitt als Lkw-Fahrer. Und in Schweden wären es 22.480 Kronen und da sieht man auch, dass es fast identisch ist. Als Verkäufer in Deutschland verdient man im Schnitt 1.575 Euro. Und hier in Schweden im ICA und Coop und wie sie alle heißen. Also auch dort ist es etwas höher in Schweden als eben in Deutschland. Aber man muss halt einfach auch die Währungsumrechnung noch mit dazu rechnen. Also es wird nicht so viel mehr sein. Ja, aber ich habe auch noch eine Liste gemacht gehabt und geschaut, wo man denn, sage ich mal, weniger Steuern in Schweden bezahlt als zum Beispiel eben in Deutschland. Und ich habe dann mal die Liste gemacht, ich blänze die auch ein, von 1.000 Euro, 2.000 Euro bis hoch zu 10.000 Euro, wo man denn da und wie viel man da an Steuern bezahlt. Und da ist eben auffällig, dass man eben ab 5.000 Euro Einkommen nicht mehr so viele Steuern bezahlt, sondern liegt man im Schnitt bei 34%. Und in Schweden geht es ab 40.000 Bruttoeinkommen immens nach oben. Und wenn man 100.000 Kronen im Monat verdienen sollte, dann liegt man bei einem Steuersatz von über 45%. Wie gesagt, ich blende diese ganze Sache ein, dann kannst du es dir ganz genau mal anschauen. Und das finde ich schon mal richtig, richtig krass, dass je mehr Geld man eben in Schweden verdient, desto mehr Steuern muss man bezahlen. Und in Deutschland ist man ab einer gewissen Summe, die man im Monat verdient, zwischen 30 und 34% so circa an Steuerabgaben. Aber 45% Steuern sind schon mal eine Hausnummer. Im Großen und Ganzen ist es bei den Steuerabgaben fast identisch, außer bei einer Summe und zwar 40.000 Euro Brutto. Weil da zahlt man hier in Schweden tatsächlich so ungefähr 2,5% weniger Steuern als in Deutschland. Also wenn du einen Job findest hier in Schweden, der so ungefähr so circa bei 40.000 Brutto liegt, dann bist du im idealsten und perfektesten Steuersatz. Ja, das soll es erstmal gewesen sein mit diesem Gehaltsvergleich, damit du dir auch mal ein Bild machen kannst, was man hier in Schweden verdient und wie der Verdienst in Deutschland aussieht. So ein kleiner Vergleich ist ja immer mal gut zu wissen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und dann bleibt mir nur noch eins zu sagen, sei und bleib freiheitsliebend und lebend. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.